Guten Morgen zusammen. Heute startet meine Tour wieder am Filzalpsee. Diesmal geht es aber wieder ein bisschen höher hinauf. Und zwar laufe ich jetzt erstmal zur Landsberger Hütte und von dort laufe ich dann wieder Richtung Neunerköpfle. Da geht es dann mit der Seilbahn wieder runter. So sieht das Wetter heute aus. Mal schauen, wie viel Sicht wir da oben bekommen heute. Ist aber der erste Tag, wo es kein Gewitter geben soll. Es geht jetzt noch ein Stück am See entlang, diesmal aber auf der anderen Seite. Und da vorne, wo die Häuser sind irgendwo, da wird es dann hochgehen. Ich denke, ich komme heute auch so auf ungefähr 1000 Höhenmeter. Den letzten Teil der Strecke, den bin ich ja schon gelaufen, als ich vom Haldensee aus zum Neunerköpfle hochgelaufen bin. Da treffen sich dann irgendwo die beiden Wege. Heute bin ich auch mit der Bimmelbahn hergefahren. Bei dem Wetter frühmorgens ist das nochmal noch recht leer. So, da drüben bin ich gestartet. So, das ist heute. Da hinten ist die Filzalpe, da kann man dann auch weiter zum Wasserfall laufen. Da geht es weiter hoch. Das sind jetzt ungefähr zweieinhalb Stunden bis zur Landsberger Hütte und danach wahrscheinlich dann auch zwei bis zweieinhalb Stunden bis zum neuner Köpfle. Ich hatte ja Befürchtungen, dass der Weg zu nass ist, aber bis jetzt geht es hier. Ich weiß ja nicht, wie der Weg nachher noch wird. Nochmal ein Blick hinab zum See und hier geht es weiter. Noch hat man gute Sicht hier. So, wieder freie Sicht auf den See. Und hier wird es jetzt ein bisschen steiler. Da oben laufen ein paar Leute. Da kann man sehen ungefähr, wo der Weg lang geht. So, wieder rein. So, wieder rein. Wie man sieht, die Sicht wird langsam schlechter. Hier ist es wieder ein bisschen rutschiger, weil so mehr Felsen. Deshalb laufe ich auch bergauf. Bergab ist wahrscheinlich noch rutschiger. Da hinter den Damm, da kommt dann der Traualpsee. Die Spannung steigt. Hier gab es jetzt auch eine Hütte. Ich mache aber erst oben an der Landsberger Hütte eine Pause. Hier geht es jetzt mal ein bisschen flacher weiter. Da drüben geht es wahrscheinlich weiter hoch. Dann kann man schön sehen, wie die Wolken hier lang ziehen. 500 Höhenmeter habe ich jetzt auch schon geschafft. Die Hälfte weg. Hier ist wieder ein schönerer Blick auf den See. Es sind nicht ganz so viele Wolken. Und da geht es jetzt weiter hoch. So weit kann das gar nicht mehr sein. Da geht es weiter hoch. Es wird jetzt langsam kalt hier oben. Viel sieht man nicht mehr. Da unten ist der See. Den sieht man jetzt gar nicht. Trotzdem sehr reizvoll die ganze Geschichte hier. Und solange man beim Laufen überhaupt noch was sieht, ist das alles okay. Hier ist jetzt mal eine Stelle mit Seil. Hier sind einige Gedenktafeln. Und so geht der Weg noch weiter. Also laut Karte müsste ich jetzt gleich an der Hütte sein. Das sind wahrscheinlich die letzten Meter so. Also von hier sind es jetzt noch 10 Minuten zur Landsberger Hütte. Da gehe ich jetzt erstmal weiter. Da komme ich wahrscheinlich wieder her. Und dann geht es hier weiter zum Neunerköpfle. Neunerköpfle steht jetzt auch mit zweieinhalb Stunden dran. Und da ist dann halt die Seilbahn. Da fahre ich dann wieder runter nach Tannheim. So hier ist die Hütte. Jetzt mache ich erstmal eine kurze Pause. Ich habe jetzt eine dreiviertel Stunde gebraucht bis hier hoch. Mit zweieinhalb war es angegeben. Da kann ich mir nachher schön Zeit lassen. So, Pause habe ich beendet. Das Wetter ist jetzt ein bisschen schlechter. So wie Nieselregen. Ich muss jetzt aber nicht wieder dieselbe Strecke zurück bis zum Abzweig. Hier geht noch ein anderer Weg lang. Da vorne ist wieder ein Schild. Dann gucke ich mal. Stand wieder keine Zeit dran. Aber ich denke mal so zwei Stunden, zweieinhalb Stunden. Ich glaube da unten ist auch noch ein kleiner See. Nennt sich Lache. Aber da sieht man gar nichts von. Also hier ist der Nebel, die Wolken jetzt auf jeden Fall dichter. Von da bin ich jetzt gekommen. Und hier könnte man jetzt weiter wieder zurück zum Filzalpsee laufen. In die Richtung. Ich laufe jetzt noch ein Stück hoch. Aber ich glaube so viele Höhenmeter, ich weiß gar nicht, ob noch so viele kommen. Hier sind jetzt einige Leute, die mir entgegen kommen von der Bergstation. Die zur Landsberger Hütte laufen. Ich bin gerade froh, dass ich Richtung Bergstation laufe und nicht andersrum. Was wir hier gerade an Menschen vorbeikommen. Wahnsinn. Also entgegen kommen. Ich glaube ich habe gleich die höchste Stelle erreicht. Auf der anderen Seite scheint die Sicht wieder besser zu sein. Ich muss jetzt da weiter. Da oben ist glaube ich die Schochenspitze. Aber das Stück spare ich mir. Ich gehe dann da hinten. Da geht es dann wahrscheinlich wieder runter. Ich habe jetzt ungefähr 850 Höhenmeter bis hier. Und 150 ungefähr muss ich noch. Also der überwiegende Teil geht jetzt ja so mehr flach. Von da oben in der Bildmitte, da bin ich gerade jetzt runter gekommen. Das war jetzt die höchste Stelle der Tour. Und hier sieht es jetzt so aus. Jetzt sieht man wenigstens mal wieder was. Die Sicht ist jetzt doch wieder schlechter geworden. Aber meine Jacke musste ich ausziehen. Das war mir jetzt echt zu warm. Und Jacke wieder an. Also wenn du hier so mittendrin im Dunst bist, ist es kalt. Und wenn du dann mal wieder raus kommst, dann hast du direkt 10, 20 Grad wärmer gefühlt. Aber ich glaube hier kann ich die Kamera auch erstmal wegbacken. Ich habe jetzt noch eineinhalb Stunden. Hier könnte man jetzt in einer dreiviertel Stunde zur Sulzspitze laufen. Macht aber bei dem Wetter mal überhaupt keinen Sinn. Morgen soll es auf jeden Fall wieder besseres Wetter werden. Da werde ich mir dann nochmal eine schöne Bergtour raussuchen. Mal schauen wo es dann hingeht. Das ist dann auch erstmal die letzte Tour. So mal wieder ein paar Kühe. Hier ändert sich der Weg jetzt auch wieder. Ich bin gerade die ganze Zeit auf diesem breiten Weg lang gelaufen. So einen Weg hatte ich heute auch noch nicht. Hier stand ich vor ein paar Tagen schon mal. Heute bin ich von da oben gekommen. Von der Landsberger Hütte. Und letztens bin ich von da unten gekommen. Von der Strindenalpe. Wenn ihr wissen wollt wie das hier ohne Wolken und Nebel aussieht. Dann schaut euch die Tour vom Haldensee zu den Neunerköpfle an. Ich brauche jetzt ungefähr noch eine halbe Stunde bis zur Seilbahn. Und deshalb werde ich mich jetzt hier schon verabschieden. Wie gesagt ich verlinke mal das andere Video. Da könnt ihr den Schluss euch anschauen. Wenn ihr es noch nicht getan habt. Dann wisst ihr wie die letzten Meter so sind. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.